Moin Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die Integrationshilfe Sylt hatte in der vergangenen Woche interessierte Bürger zu einem Informationsabend eingeladen. In den kommenden Wochen gilt inselweit das Ladenschlussgesetz. Anfang November starten in Wenningstedt-Bradarup die beliebten Hundstage. In der vergangenen Woche wurde am Wenningstädter Hauptstrand damit begonnen, die neue Strandtreppe zu bauen. Und am letzten Wochenende fand ein Workshop in der Trendsportart Parcours statt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung und sage Tschüss bis nächsten Dienstag. Mein Name ist Juliana von Holt. Ich stehe hier vor Ihnen für den Verein Integrationshilfe Sylt. Wir möchten Sie heute Abend sensibilisieren und auch informieren. Und wir möchten Ihnen Mut machen. Mut zum Handeln. Das ist eine Informationsveranstaltung zum Thema private Unterbringung von Flüchtlingen. So gehe ich davon aus, dass jeder, der hier ist, sich über dieses Thema bereits Gedanken gemacht hat. Am Dienstag, den 20. Oktober, lud die Integrationshilfe Sylt e.V. zu einem Informationsabend zum Thema Flüchtlingsaufnahme bei sich zu Hause ins Kongresszentrum in Westerland ein. Neben psychischen und sozialen Vorteilen, die ein solches Konzept bietet, wurden von den vielfältigen Gastrednern auch rechtliche und finanzielle Aspekte beleuchtet. Abschließend kündigte Juliane von Holt von der Integrationshilfe das weitere Vorgehen des Vereins in Form von gezieltem Coaching für Interessierte an. Der Verein bietet damit eine der im Moment nationsweit noch sehr spärlich vorhandenen Ideen, wie es überhaupt für die Menschen in den Erstaufnahmestätten weitergehen soll. Jeder weiß, wie er sich selber fühlt, wenn er in großer Enge, in großer Bedrängung sich befindet, auch wenn es mal nur kurzfristig ist, wenn es ein von Fußballfans überladender Zug ist, in dem man fahren muss oder in einer besonderen Drucksituation. Wir haben Menschen, die haben einen Prozess hinter sich, einen Reiseprozess, der ganz wesentlich davon geprägt ist, dass sie in großer Enge sich befinden, sich in großem Druck befinden und vor allen Dingen in einer sehr großen Zukunftsunsicherheit. Du kommst aus Syrien? Syrien. Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe meine Hochschule in Syrien und es war eine Information Technologie. Ich meine, wenn man eine Familie hat, wenn man jemanden zu sprechen, ich bin mit Syrien in einem Sheriff Lab. Und jeden Tag sprechen wir über das Gleiche, über die Krieg, Syrien. Und ich möchte, dass ich weit weg von all diesen Dingen bin und nicht alleine sein kann. Und die sollen sich integrieren. Und da wollen wir uns bei mir selbst dazu erlassen, verlangen einige. Da sage ich mal, wie kann man sich denn integrieren, wenn man keine Möglichkeit der Partizipation hat? Also ich kann mich doch nur integrieren, wenn ich Angebote habe, mich irgendwo einzubringen. Die muss ich haben. Und die besten Angebote und die wichtigste Integration ist neben Deutsch lernen und Arbeiten immer, dass ich die Kultur, die Kultur dieser mir fremden Menschen kennenlerbe. Da meine ich nicht nur, ich als Deutscher, sondern dass sie fremden, meine Kultur kennenlerben. Und wo lernen sie die am besten kennen, im Miteinander leben. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt unsere Initiative an. Wir bieten jedem interessierten Hilfestellung. Das heißt, es gibt einen Koordinator, der keiner Behörde untersteht und damit einfach dann auch immer zuständig sein kann, wenn er möchte. Und ganz gleich welcher Aufenthaltsstatus. Auf Sylt gilt wie in so vielen norddeutschen Urlaubsregionen die sogenannte Bäderregelung. Der Handel profitiert in der Saison von gesonderten Ladenöffnungszeiten. Vom 1. November bis zum 14. Dezember gilt diese Bäderregelung nun nicht mehr. Es gelten dann die Öffnungszeiten des Ladenschlussgesetzes. An Sonn- und Feiertagen müssen die Geschäfte geschlossen bleiben. Ausnahmen gelten für Bäckereien, Zeitungsläden und Blumenfachgeschäfte. Ab dem 1. November dreht sich bei den Wenningstädter Hundstagen alles um unsere vierbeinigen Fellnasen. Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm mit Vorträgen, Hundetrainings, Hund- und Herrchenwanderungen, Schnüffelstunden, einem Vierpfotenkrimi und dem Hundstagecup wird den zwei- und vierbeinigen Teilnehmern geboten. In der Programmübersicht auf der Homepage von Wenningstedt Praderup finden Sie die genaue terminliche Auflistung. Eine Anmeldung für die jeweiligen Veranstaltungen ist notwendig. Zudem gibt es in diesem Jahr erstmals vom Dienstag bis zum Donnerstag eine Messe rund um den Hund im Chorsaal hoch 3 mit vielen Ausstellern. Mächtige Metallpfähle bohren sich in den Wenningstädter Hauptstrand. In der vergangenen Woche haben die Bauarbeiten für die multifunktionale neue Strandtreppe begonnen. Die neue Treppe wird auf drei nebeneinanderliegenden Ebenen ab Ende des Jahres das 17 Meter hohe Cliff mit dem Strand verbinden. Das innovative Konzept hat vor allem den Vorteil, bei großen Festen wie Silvester oder dem Neujahrsbaden den großen Strom an Gästen besser zu regeln. Die neue Strandtreppe wird etwa 10 Meter breit sein, Sitzgelegenheiten bieten und einen tollen Blick über den Strand und das Meer freigeben. Die große Silvesterparty in Wenningstedt soll schon auf der neuen Treppe gefeiert werden. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu G-Sounds Entertainment, dem Sylter Parcours Workshop, der allererste Workshop hier auf Sylt bei uns. Ich bin Ambroise Gaglo und ich freue mich immer, wenn ihr da seid. Ich bin Thilo Assmann, 22 Jahre alt, komme aus Bremen, seit über acht Jahren im Bereich Parcours und Freerunning tätig. Es gibt dann bestimmte Angebote, wie zum Beispiel hier jetzt auf Sylt, wir waren neulich auch in Zürich in der Schweiz und haben dort einige Kinder gebetreut. Und jetzt bin ich hier und ich gucke mal, was mich dann so demnächst nochmal erwartet. Ich bin Ambroise Gaglo und ich bin Ambroise Gaglo und ich bin Ambroise Gaglo. Ich bin Ambroise Gaglo und ich bin Ambroise Gaglo und ich bin Ambroise Gaglo. Einige schöne Laternenumzüge finden im November auf Sylt statt. Der Laternenlauf für Menschen mit Handicap startet schon am 30. Oktober ab 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der Lebenshilfe. Der größte Umzug in Westerland startet am 1. November um Viertel vor fünf an der Stadtkirche. Die Tinnumer Kinder treffen sich am 7. November an der Boylonsen Grundschule und auch die Eichsummer starten am 7. November um 18 Uhr an der Feuerwache. Am 11. November findet in Morsum der traditionelle St. Martinsumzug statt. Los geht's dort um 17.30 Uhr an der Kirche. Ebenfalls am 11. startet der Umzug in Hörnum um 18.30 Uhr an der Feuerwache. Die Kaltomerkinder gehen am 14. November um 17 Uhr zum Laternenlaufen. Los geht's dort am Kindergarten. Los geht's dort um 18.30 Uhr an der Feuerwache. Los geht's dort um 18.30 Uhr an der Feuerwache. Los geht's dort um 18.30 Uhr an der Feuerwache.